In dieser Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes werden wir gemeinsam Flottenkämpfe machen mit unserem frisch freigeschalteten Vulture-Druiden. Und ich kann euch sagen, ich habe die Kämpfe schon voraufgenommen und schon kommentiert, das hänge ich dann einfach hier hinten dran. Und der Vulture-Druide ist absolut awesome. Er ist jetzt schon viable gegen die Houndstooth und den Falken, zumindest mal in der Offensive und das mit nur drei Sternen und einer noch nicht mal ganz ausgebauten Einwechselfähigkeit hier. Also Freunde, bleibt dran, die Action beginnt jetzt. So Freunde, ihr habt ja sicher schon gemerkt, dass ich total begeistert bin von unserem neuen Separatisten-Schiff, nämlich dem Vulture-Druiden-Sternenjäger. Und wie ihr sehen könnt, sind das hier die Statuswerte. Die Statuswerte sind tatsächlich noch gar nicht mal so gut, weil er bloß drei Sterne hat. Und ich persönlich bin der Meinung, es lohnt sich auf jeden Fall, ihn auf sieben Sterne zu bringen. Zumal wir in dem Marquis-Event rausgefunden haben, dass General Grievous Großkampfschiff kommen wird. Und wir durften es sogar mal testen in seinem Marquis-Event. Das sollten die meisten von euch wissen. Falls ihr sehen wollt, wie ich ihn freigeschaltet habe, klickt einfach oben rechts auf das kleine I. Dort habe ich ihn nämlich dann freigeschaltet. Und was wir jetzt machen ist, wir testen ihn natürlich im Kampf, ja, gegen verschiedene Flotten. Wir werden ein paar Kämpfe gewinnen, wir werden ein paar Kämpfe verlieren. Ihr werdet auch sehen, warum wir gewinnen und warum wir verlieren. Aber insgesamt denke ich, dass er jetzt schon extrem viable ist. So, deswegen gehen wir jetzt mal hier in den Flottenkampf. So, und wählen mal irgendjemanden aus. Ich bin gerade auf Rang 12, das passt soweit. Wir wählen jetzt mal den auf Rang 9 aus, den hier zum Beispiel. So, gehen wir rein und lassen diese Startaufstellung hier drin. Machen wir mal den da raus und nehmen dafür den Vulture-Druiden mit. So, mein IG 2000 ist noch nicht stark genug ausgebaut. Deswegen würde ich ihn ja an der Stelle noch nicht mitnehmen. Aber ich werde mit dem auch ein bisschen rumexperimentieren. Der ist halt noch nicht auf sieben Sterne, ne. Der ist noch auf fünf Sterne. So, das Team hier nehmen wir mit. Und ich würde mal sagen, wir starten, Freunde. Schauen wir mal, wie wir uns jetzt hier schlagen. Hoffen wir mal, dass die Gegner uns nicht gleich komplett wegpusten, damit ich ein bisschen was zeigen kann. Normalerweise camp ich ja mit meinem Spion. Ähm, ne, und so, also wenn ich den Spion weg... Ah, wir haben gleich ein Schiff verloren. Na gut, halb so wild, ich will es trotzdem mal testen hier. Machen wir uns zu verwirren auf den hier, so. Und das hier auch. Es geht jetzt wirklich nur mal schnell ums Testen, ne. Ähm, es wäre natürlich viel einfacher mit General Greaves dabei, weil da würde sofort ein neues Schiff rufen hier an der Stelle. Das wäre halt wirklich, äh, interessanter. So, na gut, greifen wir mal hier, ähm, die, die Houndstooth an. Ich will nur mal gucken, wie die sich dann gegen die Houndstooth zu verhalten. So, dann wechseln wir jetzt mal ein, und zwar gleich hier den Vulture-Druiden. Wir legen alle mit Bass-Druiden, alle Gegner. Sehr gut, oder auch noch Blinz, ne. Jetzt verpassen wir dem hier noch mehr Bass-Druiden. Er hat gleich drei. Greifen wir hier an. Und ihr seht, er greift direkt mal an. Habt ihr diesen Damage gesehen? Auf die Houndstooth eben. Habt ihr diesen Damage gesehen? Auf die Houndstooth? Die ist gleich down. Die Houndstooth ist schon down, Freunde. Das ist der Hammer. Wie schnell die down geht, hätte ich meinen Soldaten nicht verloren, wäre das sogar noch viel schneller möglich gewesen. Alter Schwede. Und klar, der stirbt jetzt natürlich durch Flächenschaden hier. Aber guckt euch das mal an. Das ist so viel Potenzial, was dahinter steckt. Flächenschaden wird uns jetzt hier killen, weil wir haben keine Möglichkeit, irgendwas anderes dagegen zu tun. Guckt euch den Damage mal an. Das ist einfach der Hammer, Freunde. Absoluter Hammer. Also ich bin jetzt schon extrem begeistert von diesem, ähm, von diesem Schiff. So, ähm, ich kann leider nicht beträumen. Ich kann nochmal angreifen. Der Wurzelt-Ruine greift noch mit an. Das passt schon. Jetzt wechseln wir mal ein, Freunde. Und zwar den, ähm, Soldaten, würde ich sagen. Dass wir auf jeden Fall ein Schiff rausnehmen können. Wer auch immer dann markiert wird. Der Falke wurde markiert. Das ist ja, das ist ja ein Traum. So, wir nehmen den Falken raus. Dann haben wir auf jeden Fall noch eine Chance, diesen Kampf hier zu gewinnen. Äh, am besten mit einem normalen Angriff. Oh mein Gott, der ist ausgewichen. Okay, das kann natürlich immer noch passieren. So, nehmen wir den Falken mal raus hier. Wieder ausgewichen. Alter Schwede. Okay, der Gegner hat das mega Glück mit dem Ausweichen. Äh, greifen wir noch einmal an. Schon wieder ausgewichen. Okay, also, also dazu muss man sagen, ähm, dass die, die schon wieder ausgewichen. Was ist denn hier los, Freunde? Also, dass der viermal ausweicht. Ich meine, er hat erhöhte Ausweichrate. Wir haben aber auch erhöhte Trefferquote. Dass der viermal ausweicht, ist natürlich schon wirklich sehr, 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 ähm, sehr dubios, muss ich sagen. Aber gut, Freunde, wir kämpfen noch einmal gegen den. Ich will das nämlich gerne noch einmal testen hier. Deswegen gebe ich mal 50 Kristalle aus für euch, damit wir jetzt nicht ewig lange warten müssen. Probieren das noch einmal. Wir haben ja gleich den Soldaten am Anfang verloren. Das passiert auch nicht immer. Da hat der Gegner schon mal tonnenweise Glück gehabt. Mit seinen Bonusangriffen und kritischen Treffern. Normalerweise hat er nämlich, ähm, reduzierte kritische Trefferchance, ne? Meistens sieht das so aus wie hier. So, so können wir reden, ne? So läuft es normal. Und dass der Falke viermal ausweicht, ich weiß, wenn er diese Fähigkeit aktiviert hat, hat er erhöhte Ausweichrate. Aber so groß ist die nicht, ja? So dermaßen viel macht das nicht aus. Ähm, jetzt machen wir das hier auf den. Weil ich nämlich seine Zähigkeit reduzieren will, ne? Damit auch alles immer schön sitzt. So, okay, die ganzen Bonusangriffen waren hier. Wir greifen normal an hier. Das passt soweit. Gut, äh, er wird angegriffen, auch in Ordnung. Jetzt wechselt er ein. Das passt, ne? Er holt halt immer den Phantom zuerst. So, wir kriegen hier Bonusangriffe ab. Okay, jetzt rufen wir hier unseren Vulture-Droiden. Denkt dran, Freunde, wir haben noch nicht mal General Grievous. Alle sind blind. Zumindest die wichtigsten Einheiten sind blind. Jetzt machen wir das hier auf ihn. Boom! Buff-Immunität drauf. Down! Das war's! Hier, Spezialangriff. Äh, leider greift er nicht mit an dieses Mal. Okay. Äh, greifen wir hier an. So, sehr gut. Ja, hier greift alle an. Hängt ein bisschen gerade. Greifen wir hier auch an. Perfekt. Hier auch nochmal Angriff. Also, das ist wirklich unglaublich, unglaublich gut, Freunde. Unglaublich gut. Leider provozieren wir gerade nicht und haben dabei wieder alle unsere Schiffe verloren. Also, ihr seht, RNG ist momentan noch wichtig und es kommt auch keine neue Einheit nach. Aber trotzdem, unheimlich viel Potenzial hier. Die Phantom geht, äh, die, die, ähm, äh, na, wie heißt die? Die Houndstooth geht extrem schnell down vom Gegner. Und unsere steht immer noch, ja? Und ihr wisst ja, es ist normalerweise ein Schlüssel, äh, wessen Houndstooth schneller down geht. So, dieses Mal hatten wir nicht das Glück, den, ähm, den Ding jetzt zu markieren, den Falken hier. Aber ich will noch was testen. Pass auf, wir verlieren den Kampf jetzt eh. Es ist aber sehr beeindruckend, wie schnell die down gehen, die Gegner. Ja, komm, mach mal hier schneller. Und ich gebe nochmal 50 Kristalle aus. Ja, das mache ich oft sowas hier, ne, offscreen. Deswegen, ihr wundert euch vielleicht mal, wahrscheinlich manchmal, warum ich so wenig Kristalle habe. Das ist genau der Punkt, ja? Weil ich eben solche Sachen hier für euch teste. Ne, mein Testaccount funktioniert ja gerade nicht, deswegen machen wir das so. Und ich würde auch gerne mal eine andere Startaufstellung probieren. Ähm, ich würde gerne mal diese Aufstellung hier probieren. Mal gucken, wie die sich so schlagen. Wobei das vielleicht ein bisschen Overkill ist. Aber, ne, ich, ähm, Sunfack, wenn ich Sunfack und, oder, wisst ihr was? Wir machen das mal anders. Wir wechseln mal, wir wechseln mal den hier ein. Und dann haben wir noch Sunfack als Ersatztank. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber der Spion als Einwechsler ist schon geil eigentlich. Und Betäubung ist auch ziemlich wichtig. Ähm, wobei wir brauchen eigentlich die Betäubung nicht mehr. Wir, wir, wir probieren das mal so. Ja, wir testen noch ein bisschen rum, probieren das mal auf diese Weise aus. Und dann sehen wir ja, ähm, wie die sich so schlagen. So, drei Geonosianen in Startaufstellung hab ich auch schon ewig nicht mehr gespielt, ja. Weil normalerweise dieser Angriff kommt und mein Spion dann gleich down ist. Er hat überlebt glücklicherweise. Und, äh, wir können jetzt betäuben. Ich will aber noch nicht betäuben. Ich will erstmal den normal angreifen hier. So, bis der hier seine Fähigkeit gemacht hat. Ne, geht alles mal auf unseren, auf unseren Sunfack. Das passt soweit. Äh, jetzt machen wir hier reduzierte Zähigkeit auf ihn. Ne, mir gefällt nicht, dass die Geonosianen jetzt schon fast down sind. Aber wir machen mal einen Schwarmangriff. So, machen diesen Angriff hier. Und ja, und Stooth ist jetzt schon down. Na gut, also sie ist anscheinend nicht komplett gemaxed. Betäuben wir mal den hier. Aber es sieht auf jeden Fall sehr gut aus, Freunde. So, auf diese Weise. Ähm, leider wird Sunfack jetzt draufgehen, oder? Nein, er hat die andere Fähigkeit aktiviert. Jetzt rufen wir mal hier unseren Vulture-Druiden. Machen alle Gegner blind hoffentlich. So, sehr gut. Na gut, die meisten zumindest. Äh, verpasst Eevee noch ein bisschen Zeug. Greifen wir hier an. Perfekt, der ist down. Super. Greifen wir mit an. Perfekt, der ist auch down. Ähm. Die brauchen halt ihre Druiden um drauf. Die Bastruiden, ne? Damit wir halt diesen Bonus-Damage machen. So, das war's. Das war's, Freunde. Das war jetzt mit 3G-Inusian in der Startaufstellung. Ich glaube, das hält sich nicht gut in der Verteidigung. Ganz einfach deswegen, weil die, ähm, im Endeffekt zu schnell down gehen. Aber, ihr seht, es läuft. Ja, jetzt machen wir noch den hier platt ganz schnell. Ähm, spielen vielleicht mal wieder diese Startaufstellung hier. So, probieren wir es mal auf diese Weise aus. Gegen das andere Schiff hier. Ich weiß, dass dieser Spieler, ähm, eine Standard-Geo-Flotte hat. Die ist eigentlich ziemlich schlecht. Ja, also das Standard-Team mit Thrawn, das puste ich immer weg. Also, der hat nichts zu melden hier. Ähm, machen wir Damage auf alle. Aber mit dem Vulture-Druiden sollte das natürlich noch einfacher sein. So, na gut. Wir machen mal das hier. Jetzt müssen die ja die Houndstooth angreifen. Das ist in Ordnung. Die anderen sind sowieso, äh, unsichtbar geworden gerade. Und wir machen mal hier Schwarmangriff. Um die Verteilung schon mal zu reduzieren. Machen wir den Spezialangriff. Sehr gut. Ja, und Thrawnstooth ist da und so will ich das sehen. Und, äh, dann, äh, machen wir jetzt mal hier. Rufen unseren... Wir können eigentlich... Wir können eigentlich Sunfake mit reinrufen hier. Und dann den Sack zumachen mit dem Vulture-Druiden. Wir wollen aber den Vulture-Druiden-Test, ne? Deswegen rufen wir den mal rein. Machen die Gegner alle blind, hoffentlich. Jawohl, sehr gut. Und verpassen wir den, den wir fokussieren wollen, noch mehr. Der ist ausgewichen wieder. Alter Schwede, was ist denn hier los? Hat der eine reduzierte Trefferquote oder was? Oder diese weichen hier dauernd aus? Weil, weil Sunfake hat jetzt definitiv keine erhöhte, ähm... Keine erhöhte Ausweichrate oder so, ne? Das ist wirklich sehr, sehr, sehr dubios, was hier abgeht, muss ich sagen. So. Und diesen einen Kampf, den wir verloren haben... Oh, mein, äh, mein München-Sittich meldet sich. Äh, den einen Kampf, den wir... Komm, wir pusten jetzt mal hier voll weg. Alter Verwalter! Und den einen Kampf, den wir verloren haben, haben wir nur deswegen verloren, weil, äh, weil der vorhin die, ähm... Die, äh, der Falke so oft ausgewichen ist, ne? Das kommt ja auch sehr, sehr selten vor. Hier, das ist ein Traum, Freunde. Das ist ein absoluter Traum. Und das mit nur drei Sternen. Absolut großartig. Ich bin total begeistert von diesen Vulture-Druiden-Freunde. Okay, ich werde jetzt hier an der Stelle die Episode beenden. Sprechen wir aber vorher noch mal ganz kurz über die Lieferung. Nein, nicht über Lieferung, sorry. Über den Store. Der ist nämlich hier kaufbar. Lohnt es sich also, den Druiden hier auf, äh, vier Sterne zu kaufen? Und für 22 Euro auch noch ein paar Kristalle dazu zu bekommen? Ich sage ja, es lohnt sich definitiv. Weil je mehr einsteckt, je mehr Sterne er hat, umso mehr teilt er aus, umso mehr steckt er ein, umso besser ist er. Also dieses Pack lohnt sich auf jeden Fall. Zumal dieser Wert hier, äh, 1500 Kristalle entspricht ja auch ungefähr, sogar, sogar mehr, ne? Diesen, ungefähr diesen Wert hier. Vielleicht sogar ein bisschen, ist sogar ein bisschen mehr wert als das, was hier drin ist, ja? Also so gesehen, rein objektiv betrachtet, ist es das auf jeden Fall wert. Und, äh, ich selbst werde ihn mir nicht auf vier Sterne kaufen, weil ich Free-to-Play bin. Deswegen bleibe ich erst mal bei drei Sternen. Werde ihn aber sofort farmen, sobald er Free-to-Play farmbar ist. Okay, soviel erst einmal dazu. Äh, lohnt es sich hier, den damit auf sieben Sterne zu bringen? Objektiv betrachtet, ja, es würde sich auch lohnen. Aber, also wenn ihr unbedingt hier wailen wollt, ne, das würde sich lohnen. Der ist auf sieben Sterne auf jeden Fall, ähm, äh, möglich, viable, ja, alle Male. Aber die Sache ist die, er ist auch auf drei Sterne durchaus viable. Und, ähm, wenn General Grievous als Großkampfschiff da ist, wird er auch noch einmal wiederbelebt. Wenn man ihn also nicht zwangsläufig in der Startaufstellung hat, sondern ihn als Einwechselschiff spielt, um eben die Houndstooth schnellstmöglich zu kontern, dann braucht man ihn nicht mal auf vier Sterne bringen. Der ist auf drei Sterne schon durchaus viable. Also spart euch euer Geld, spart euch eure Kristalle, spielt ihn auf drei Sterne, das lohnt sich alle Male. Aber, falls ihr eben der Meinung seid, naja, ähm, ich muss ihn unbedingt auf sieben Sterne bringen, weil ich finde ihn absolut awesome, weil ich will ihn voll einsetzen mit allem, was er hat. Ich, ich baue auf ihn. Dann könnt ihr ihn auf sieben Sterne bringen. Es ist definitiv keine Verschwendung. Und ich bin sicher, äh, er wird erst in drei Monaten farmbar sein. Und dann braucht ihr nochmal ein paar Monate, zwei, eins, zwei, drei Monate, bis ihr ihn auf sieben Sterne gefarmt habt, ja. Und, äh, in der Zeit, in den nächsten drei bis sechs Monaten, ist definitiv General Grievous Großkampfschiff schon draußen. Vielleicht ist es ja ein bisschen leichter zu farmen als General Kenobi, hoffen wir es mal. Und, äh, dann habt ihr ihn vielleicht sogar schon einsatzbereit auf sieben Sterne, ne. Oder, aber dann könnt ihr ihn auch in Ruhe noch farmen. Also, das ist doch euch überlassen. Auf jeden Fall, äh, ist er es auf jeden Fall wert, dass man ihn auf sieben Sterne bringt. Er wird eure Flotte auf jeden Fall auf einiges verstärken. Aber bedenkt, er ist durchaus viable auf drei Sterne, also müsst ihr es nicht unbedingt tun. Und, ähm, ja, Freunde. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. Und dann gibt es noch mehr Action in der Flotte, also noch mehr Flottenkämpfe mit unseren großartigen Vulture-Druiden. Also, vielen Dank und möge die Macht der Separatisten mit euch sein. Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes